Ungeklärt ist allerdings noch, wie die junge Frau gestorben ist. Die Rechtsmediziner haben nichts weiter als Knochen, um die Todesursache von Sherry Daly zu bestimmen. Findet man nur noch Knochenüberreste, ist es natürlich schwierig, die Todesursache festzustellen. Man kann sich jedoch genau die Knochen anschauen, ob sich irgendwelche Zeichen äußerer grober Gewalteinwirkung finden. Diese könnten sich äußern in Knochenbrüchen, Schusslöchern oder zum Beispiel scharfkantigen Verletzungen der Knochen, wie zum Beispiel durch Messer. An Sherrys Knochen findet man Einschnitte. Wenn ein Messer einen Knochen verletzt, kann das recht vielfältige Bilder verursachen. Überwiegend wird man zum Beispiel an Rippen kerbenartige oder riefenartige Spuren vorfinden. Das erklärt sich daraus, dass das Messer dann zum Beispiel in Längsrichtung möglicherweise die untere oder die obere oder beide Rippen erwischt und auf diese Weise entsprechend scharfkantige Verletzungen setzt. Und in Sherrys T-Shirt sind zahlreiche Risse. Sie deuten auf noch mehr Stichwunden hin. Bei Stichverletzungen bekommen wir Informationen nicht nur über das Verletzungsbild des Opfers selbst, sondern auch über die bei der Tat getragene Kleidung. Die dort aufgefundenen Beschädigungsmuster können nämlich sehr gut Aufschluss erst einmal über die Anzahl der Stiche, dann über Stichwinkel und möglicherweise auch über die Einstichtiefe geben. Und die Rechtsmediziner machen noch eine wichtige Entdeckung. In der rechten Seite ihres Kieferknochens steckte ein Metallstück. Einer der forensischen Experten aus dem Kriminallabor namens Jim Roberts hat es herausgeholt. Um das Metallstück zu identifizieren, untersucht Roberts es mit einem Elektronenmikroskop, das ein dreidimensionales Bild produziert. Nach der mikroskopischen Untersuchung waren wir sicher, dass es von einem Messer mit einer gezackten Klinge stande. Es war die Spitze einer Zacke. Wenn eine Messerklinge eine Knochenverletzung verursacht, kommt es zu einem scharfen Kontakt zwischen der Knochenoberfläche und der Messeroberfläche. Es hängt dann nur noch davon ab, wie diese Messeroberfläche beschaffen ist, welche Spuren sich in der knöchernen Verletzung absetzen, die man dann später wiederum durch entsprechende kriminaltechnische Untersuchungen dieser Klinge zuordnen kann. Sherrys Ehemann Michael ist einer der beiden Verdächtigen in diesem Mordfall. Er sagt, er hätte gearbeitet, als Sherry entführt wurde. Alles deutete auf Diana hin. Michael war tatsächlich arbeiten, hatte also ein Alibi. Bleibt Michaels geliebte Diana Horn als Hauptverdächtige. Das Auto, das bei Sherrys Entführung benutzt wurde, ist von einer Person gemietet worden, die mit Diana Horn unterschrieben hat. Horn streitet ab, selbst unterschrieben zu haben und behauptet, dass jemand Fremdes das Auto gemietet und den Vertrag mit ihrem Namen unterschrieben haben muss. Doch um eine Unterschrift perfekt zu kopieren, müsste der Fälscher seine eigene Schrift komplett verstellen können. Meistens ist es aber so, dass gewisse Mikromerkmale in der Schrift oder so, kleine Bewegungsvor- oder Rückschläge, dass die eben immer noch erhalten bleiben, auch wenn jemand die Form der Buchstaben verändert. Der Schriftsachverständige Jack Harris soll die Unterschrift auf dem Vertrag mit der von Diana Horn vergleichen. Wer ihren Namen benutzte, würde versuchen, die Unterschrift auf ihrem Führerschein nachzumachen. Aber es gab sichtbare Unterschiede. Die Großbuchstaben auf dem Automietvertrag sehen deutlich anders aus, als die von Diana Horns normaler Unterschrift. Und die Schrift hat auch eine andere Neigung. Das sind die ersten Merkmale, die man untersucht. Die Unterschrift auf dem Mietvertrag von Budget hatte kleinere Buchstaben und war nach rechts geneigt. Harris vergleicht die Signatur auf dem Mietvertrag auch mit Unterschriften, die Diana Horn schon vor zehn Jahren geleistet hat. Dabei kommt er zu einem überraschenden Ergebnis. Dianas Unterschriften von vor zehn Jahren sehen der Unterschrift auf dem Mietvertrag verblüffend ähnlich. Ihre Unterschrift war meistens nach rechts ausgerichtet und hatte keine Bögen zurück nach links. Meiner Meinung nach hatte sie das Auto gemietet und den Mietvertrag unterschrieben. Harris glaubt, dass Diana Horn versucht hat, ihre eigene Unterschrift zu fälschen. Ohne sich dessen bewusst zu sein, hat sie dabei ihren früheren Schreibstil benutzt und sich damit selbst verraten. Die Ermittler finden noch mehr Beweismaterial. Eine Dame in einem Perückengeschäft in Oxnard sagte, Diana Horn hätte als Kundin bei ihr kurz vor Sherrys Entführung eine Perücke gekauft. Die Perücke hat Horn mit einem Scheck bezahlt. Und in Horns Unterlagen finden die Ermittler noch weitere Schecks, die sie kurz vor Sherrys Verschwinden ausgestellt hat. Die Schecks waren interessanterweise mit grüner Tinte beschrieben. Nur wenige Menschen haben einen Stift mit grüner Tinte bei sich. Als Diana Horn verhaftet wurde, fand man einen Stift mit grüner Tinte in ihrer Tasche. Die Schecks und der Stift mit grünen Tinte werden zu einem Dokumentenprüfer geschickt, der auf die Untersuchung von Tinte spezialisiert ist. Bei den ersten Tests ging es darum, die Zusammensetzung der Tinte zu bestimmen. Er macht einen Videospektralvergleich mit ultraviolettem Licht. Bei UV-Licht handelt es sich um ein hochenergetisches Licht. UV-Licht wird eingesetzt bei der Analyse von Schreibmitteln oder von Schriftträgern, um die darin enthaltenen Stoffe sichtbar zu machen. Es geht also über das hinaus, was man mit bloßem Auge bei Tageslicht sehen kann. Mit diesem Verfahren kann man auch feststellen, ob zwei Tintenproben gleich oder verschieden sind. Die Untersuchung ergibt, dass die Tinte auf dem Scheck die gleiche Tinte ist, wie in dem Stift, der in Diana Horns Tasche gefunden wurde. Diana Horns Scheckheft enthüllt, dass sie noch weitere ungewöhnliche Einkäufe gemacht hat. Die Ermittler gingen zu den Geschäften, auf die die Schecks ausgestellt waren. So fanden sie heraus, dass Diana Horn in einem Kaufhaus eine Axt, Feuerzeuggas, Streichhölzer, Sonnenbrillen und andere Sachen gekauft hat, die bei der Entführung benutzt wurden. Diana Horn wird verhaftet und des Mordes an Sherry Daly angeklagt. Fraglich ist, inwieweit Michael Daly in den Mord verwickelt ist. Er ist ein narzisstischer, egoistischer, widerwärtiger, soziopathischer, gewissenloser Mensch. Die Zeugen haben gesagt, es wäre eine blonde Frau gewesen, die Sherry Daly vom Parkplatz des Kaufhauses entführt hat. Diana Horn ist brünett. Aber eine Durchsuchung ihres Hauses zeigt, dass das ehemalige Model eine perfekte Verwandlungskünstlerin ist. Als wir die Zimmer durchsuchten, fanden wir jede Menge Fotos, auf denen sie ganz unterschiedlich aufgemacht, mit verschiedenen Perücken und Make-up für eine Modelagentur posiert hatte. Wir fragten Diana Horns Mutter, ob sie ihre Tochter auf einem der Bilder wiedererkennt. Sie schüttelte den Kopf und sagte, das sei nicht ihre Tochter. Zudem fällt etwas an Horns Telefonrechnung auf. Diana und Michael haben kurz vor und nach der Entführung häufig miteinander telefoniert. Die Telefonrechnung und das rechtsmedizinische Beweismaterial stützen die Anklage gegen Diana Horn. Eigentlich konnte nur sie das Auto in ihrem Namen mieten, denn alle Autovermietungsfirmen verlangen einen gültigen Führerschein. Um ihre Identität zu verbergen, versucht Horn, ihre eigene Unterschrift zu fälschen. Doch die Experten bemerken den Betrug. Und so rekonstruiert die Polizei die Geschehnisse des 6. Mai 1996. Diana Horn folgt Sherry Daly auf den Parkplatz des Kaufhauses. Sie verbirgt ihre Identität unter einer blonden Perücke und hinter einer Sonnenbrille. Als Diana Sherry auf dem Kaufhausparkplatz anspricht, gibt sie sich vermutlich als Polizistin aus. Zeugen berichten später, Sherry seien von einer blonden Frau Handschellen angelegt worden. Beide seien dann im Mietwagen davon gefahren. Plötzlich erkennt die festgenommene Diana und ahnt, dass ihr Mann und seine Geliebte sie töten wollen. Die Blutflecken im Auto deuten darauf hin, dass Sherry auf dem Rücksitz des gemieteten Autos ermordet wurde. Später versteckt Diana die Leiche an einer abgelegenen Stelle und verstaut die Mordwerkzeuge im Kofferraum. Dann fährt sie nach Ventura Marina. Dort entledigt sie sich ihrer blutigen Kleider und ruft Michael an, um ihm mitzuteilen, dass der Mord ausgeführt ist. In einer Autowaschanlage versucht Horn, die Blutspuren auf dem Rücksitz und im Kofferraum zu entfernen. Doch dank verschiedener kriminaltechnischer Verfahren werden sie trotzdem entdeckt. Ein DNA-Test bestätigt, dass das Blut im Auto von Sherry stammt. Die Perückenfasern belegen, dass Diana sich verkleidet hat. Und die Untersuchung von Handschrift und Tinte zeigt, dass Horn die Schecks unterschrieben hat, mit denen die Axt und die Perücke gekauft wurden. Man muss etwas Manisches, Teuflisches und sehr Boshaftes in sich haben, um das zu machen, was sie Sherry Daly angetan hat. Und sie hat zwei kleinen Jungen, ihre Mutter geraubt. Die vielen Telefonate, die Horn vor und nach dem Mord mit Michael Daly geführt hat, beweisen seine Mittäterschaft. In der Nacht, in der wir Michael verhafteten, hatten wir auch einen Durchsuchungsbefehl für sein Haus. Dort fanden wir im Ehebett ein riesengroßes Kissen, das mit dem Foto einer Person bedruckt war. Raten Sie, wessen Gesicht darauf war. Diana, Diana, Horns. Und dieses Kissen war schon dort, als Sherry noch lebte. Dieser Verrat tut immer noch weh. Ich finde, dass er uns und Sherry auf die schlimmste Art und Weise betrogen hat. Sie hat ihn geliebt. Und er hat diese Liebe missbraucht. Wir, die Geschworenen, befinden Michael Anthony Daly für schuldig. Diana Horn und Michael Daly werden beide wegen Mordes verurteilt und bekommen eine lebenslange Gefängnisstrafe. Mein Glaube und meine Erziehung sagen mir, dass ich in der Lage sein soll, ihm zu vergeben. Doch Gott muss mir dafür vergeben, dass ich diesem Mann niemals vergeben kann. Können Sie Sherrys und Diannas Beziehung beschreiben? Sie war nicht gut. Sie haben sich gehasst. Beide wollten mich haben. Ein dickes, fettes Ego. Er saß da und sagte nur, er könne nichts dafür, dass ihn zwei Frauen wollten. Es wäre nicht seine Schuld, dass sie beide ihn liebten. Er war auf einem Ego-Trip. Und für diesen Ego-Trip musste eine der Frauen sterben. 1996. In Seattle kämpft mehr als ein Dutzend kranker Kinder ums Überleben. Sie leiden an einer gefährlichen Krankheit, deren Ursache unbekannt ist. Als eines der Kinder stirbt, befürchten die Gesundheitsbehörden noch weitere Todesfälle. Verzweifelt suchen Mediziner die Ursache der Krankheit. Seattle gilt als eine der malerischsten Städte in den Vereinigten Staaten. Die Stadt liegt umgeben von Bergen am Puget Sound und ist ein wichtiges Industriezentrum im pazifischen Nordwesten der USA. Die meisten Einwohner von Seattle verbringen ihre Freizeit in der Natur. Auch die Familie Beverly. Terry und Kelly Beverly arbeiten in der Computerbranche. Sie haben zwei Kinder, Michael und Bettina. Nach einem Tag im Wald klagt der zweieinhalbjährige Michael über Magenschmerzen. Wenig später bekommt er starken Durchfall. Als sein Durchfall blutig wird, machen die Eltern sich ernsthafte Sorgen. Er lag reglos auf dem Sofa und alle 30 Minuten hatte er blutigen Durchfall, verbunden mit starken Schmerzen. Es war furchtbar, diesen kleinen Körper zu sehen, wie er sich von innen nach außen kehrte. Die Beverlys bringen Michael in die Notaufnahme des Krankenhauses. Ärzte stellen fest, dass er auffallend schlechte Blutwerte hat. Seine Nierenfunktion ist geschwächt und es bilden sich lebensgefährliche Blutgerinnsel. Akuter blutiger Durchfall bei einem sonst gesunden Kind ist ein ernsthaftes medizinisches Problem. Die Ärzte nehmen so etwas sehr ernst, sowohl hier als auch anderswo. Michaels Stuhlprobe wird im Labor untersucht. Die Ergebnisse sind alarmierend. Die Stuhlprobe enthält einen gefährlichen Krankheitserreger. E. coli O 157. E. coli O 157 ist eine Bakterie, mit der sich jeder infizieren kann. Wissenschaftler entdeckten sie erstmals vor rund 20 Jahren. Bei E. coli O 157 handelt es sich um ein kramegatives Bakterium, das normalerweise nicht im Gegensatz zu anderen E. colis im Darm von Menschen vorkommt. Wenn er vorkommt, ist er immer mit Krankheitssymptomen verbunden. Wir kennen diesen spezifischen E. coli erst seit 1982, wo er erstmalig in den Vereinigten Staaten beschrieben worden ist. Die Bakterie nistet sich im Darm von Menschen und Tieren ein. Für die damit verbundene Krankheit gibt es keine Heilung. Mehr als 20.000 Menschen infizieren sich jährlich mit E. coli O 157. 500 davon sterben. Die Bakterie kann in rohem Fleisch vorkommen, in nichtpasteurisierter Milch, in Wasser und in Käse, der aus nichtpasteurisierter Milch hergestellt ist. Wenn der Saft von rohem, verdorbenem Fleisch auf andere Lebensmittel tropft, sind auch sie Bakterien verseucht. Die gefährlichen Bakterien werden normalerweise mit der Nahrung aufgenommen, jedoch nicht ausschließlich. 1995 haben sich Badende in einem See von Illinois infiziert. Der Regen hatte Tierkot verseuchtes Wasser in den See geschwemmt. Diese E. coli Bakterienart ist ganz besonders tückisch, weil sie im Körper wie das Gift einer Klapperschlange wirkt. Sie zerstört die Blutzellen, was zu Blutgerinnseln führt. Das hat wiederum zur Folge, dass die Nierenversagen ist. Die Gefährdung durch E. coli O 157 ist dadurch bedingt, dass dieser Erreger offensichtlich über verschiedene Gifte verfügt, die ihn sehr gefährlich machen und die dazu führen, dass bereits sehr niedrige Konzentrationen dieses Erregers, man spricht von 10 bis 100 Bakterien, die ausreichend sind, um zu einer Infektion zu führen. 1993 starben vier Menschen, nachdem sie in einer Fastfood-Kette Hamburger gegessen hatten, die mit E. coli Bakterien infiziert waren. Bei durchgebratenem Fleisch werden E. coli Bakterien abgetötet, doch diese Burger waren nicht durchgebraten. Als ich hörte, es sind E. coli Bakterien, fragte ich, ob es dieselbe Art ist, mit der die Kinder in dem Fastfood-Restaurant infiziert wurden. Er sagte, ja, bei Michael ist es dieselbe. Ich dachte nur, oh Gott. E. coli Bakterien, die sich durch Produkte verbreiten, die von der Bevölkerung konsumiert werden, sind mit einem Serienmörder vergleichbar, der auf freiem Fuß ist und auf die Leute losgelassen wird. Olytische Uremie-Syndrom ist lebensgefährlich. Es gibt fast keine andere Art von Durchfall in Nordamerika, die ein sonst gesundes Kind töten kann. Deshalb hat jeder Angst, sich damit anzustecken. Der Nierenspezialist sagte, es ist sehr ernst. Ich weiß nicht, ob er die Nacht übersteht, ob sein kleiner Körper das schafft. Ich brach zusammen und weinte und ich dachte, das war's. Während der zweieinhalbjährige Michael Beverly bewusstlos im Krankenhaus von Seattle liegt, werden zwölf weitere Kinder in die lokalen Krankenhäuser eingeliefert. Sie alle haben sich mit dem tödlichen Krankheitserreger E. coli O-157 infiziert. Auch 60 andere Personen leiden in Seattle unter blutigem Durchfall. Ihr Zustand ist aber nicht so ernst, dass sie ins Krankenhaus müssen. Bevor sich noch mehr Menschen infizieren, müssen die Gesundheitsbehörden die Ursache des Ausbruchs herausfinden. Meine größte Sorge war, dass diese einzelnen Fälle erst der Anfang eines sehr viel größeren Ausbruchs sein könnten. Die Mediziner vermuten, dass irgendwelche Lebensmittel die Ursache sind. Doch die E. coli Bakterien sind vielleicht nicht nur in einem, sondern gleich in mehreren Produkten vorhanden. Dr. Mansur Samadpur soll die genaue Art der E. coli Bakterien identifizieren, mit der die Kinder infiziert sind. Dafür nutzt er ein aus Kriminalfällen bekanntes Verfahren. Einen DNA-Test. Wenn wir von E. coli O-157 sprechen, umfasst das einen großen Stamm, eine große Familie dieser Spezie von Bakterien. Über den genetischen Fingerabdruck können wir die individuelle Art innerhalb dieser Familie bestimmen. Anstatt nur zu sagen, eine Person namens Smith hat jemanden getötet, wissen wir dann, die Person John Smith mit folgender Sozialversicherungsnummer, wohnhaft in folgender Straße, hat den Mord begangen. Genau wie der Mensch hat auch ein Krankheitserreger wie E. coli einen spezifischen genetischen Fingerabdruck. Um die genetischen Merkmale zu entschlüsseln, werden die E. coli Proben in eine Pufferlösung mit sogenannten einschränkenden Enzymen gelegt, die die Zellen aufbrechen. Die in den Zellen vorhandenen DNA-Stränge werden in kleine Stücke zerteilt und dann in ein Gel gegeben, das Farbstoff enthält. Mit Hilfe der Elektrophorese zeigt sich schließlich das genetische Profil. Es sieht aus wie ein Strichkot. Alle untersuchten E. coli Bakterien sind von derselben Art. Das heißt, dass die Infektion bei allen erkrankten Personen dieselbe Ursache haben muss. Bei neun Patienten wies das E. coli O157 denselben genetischen Fingerabdruck auf. Das hieß, dass die Krankheit sich weiter ausbreiten würde. Aber wie oder durch was wurden die E. coli Bakterien übertragen? Unsere Arbeit, das heißt die Suche nach der Ursache, ist ähnlich wie die Arbeit eines Detektivs oder einer Jagd. Die Beute ist die Bakterie und wir wollen herausfinden, wie die Infektion entstanden ist. Welche Gemeinsamkeiten es gibt. E. coli O157 hat eine Inkubationszeit von 5 bis 7 Tagen. Das ist viel länger als bei anderen durch Lebensmittel hervorgerufenen Krankheiten. Dr. Russ Alexanders Aufgabe ist es, die Ursache des Ausbruchs herauszufinden. Er und seine Mitarbeiter fragen dafür bei den Familien aller Patienten nach, was die Opfer 5 bis 7 Tage vor dem Auftreten der ersten Symptome konsumiert haben. Die Familienmitglieder sollen auch angeben, was sie selbst zu sich genommen haben. Die Antworten werden dann verglichen. Wir vermuteten erst, dass Fleisch der Auslöser war, weil es das meistens ist. Wir fragten nach allem, was sie gegessen hatten und in welchen Restaurants sie waren, insbesondere in welchen Fastfood-Restaurants. Doch es ist kein einziges Nahrungsmittel dabei, das alle Opfer gegessen haben. Es musste irgendeine Gemeinsamkeit zwischen diesen Personen geben, durch die sie erkrankt sind. Doch die erste Befragung hat keine klaren Infektionsursachen enttölt. Doch eine genauere Auswertung der Befragung ergibt einen interessanten Hinweis. Der kleine Michael Beverley ist lebensgefährlich erkrankt. Er und zwölf weitere Kinder in Seattle sind mit der gefährlichen Bakterie E. coli O157 infiziert. Die Bakterie wird meistens durch Fleisch übertragen. Aber das kann es nicht sein. Denn eine Befragung ergibt, dass eines der Opfer Vegetarier ist. In einem Fall handelte es sich um eine vegetarisch essende Familie. Fleisch kam als Ursache bei ihnen also nicht in Frage. So war uns schnell klar, dass es etwas anderes sein musste. Die Familien werden noch mal genauer befragt. Der neue Fragebogen konzentriert sich auf Obst, Gemüse, Molkereiprodukte und verwandte Lebensmittel. Erst als wir genug Fragebögen zurückbekommen hatten, sahen wir, dass etwas ganz anderes die Ursache sein könnte. Und am Ende der Woche waren wir uns dann ziemlich sicher, denn eine Sache fiel besonders auf. Die zweite Befragung ergibt, dass alle Opfer Apfelsaft getrunken haben. Doch es gibt hunderte von verschiedenen Apfelsäften auf dem Markt. Die Gesundheitsbehörden müssen nun herausfinden, welche Sorte Apfelsaft die Kinder getrunken haben. Ein wichtiger Hinweis kommt aus einer unerwarteten Quelle. In Denver, Colorado, behandeln Ärzte die erst 16 Monate alte Anna Gimmestet. Anna ist auch mit E. coli O157 infiziert. Ihre Eltern erzählen den Ärzten, dass sie vor einer Woche in Seattle gewesen sind. Die Gimmestets haben Anna dort Apfelsaft gekauft. Und zwar eine Marke, die sie bevorzugt, weil das Flaschenetikett leuchtende Farben hat. Es ist die Marke Odwalla. Die Familie Beverly erinnert sich, ihrem Sohn Michael in einem Café Apfelsaft von derselben Marke gekauft zu haben. Ich war an diesem Sonntag dort und habe in der Schlange gestanden, um unsere Getränke zu bestellen. Ich sah, wie sie sie zubereiteten und fragte, geben Sie den Kindern Odwalla? Sie meinten, ja. Und ich sagte, oh. Weitere Recherchen ergeben, dass die anderen Opfer fünf bis sieben Tage vor dem Auftreten der Symptome auch Apfelsaft von Odwalla getrunken haben. Die Firma Odwalla stellt frische Fruchtsäfte in sieben US-Staaten und in British Columbia her, wo sie sie auch vertreibt. Die meisten Fruchtsäfte sind pasteurisiert. Das heißt, sie werden so hoch erhitzt, dass alle Bakterien abgetötet werden. Aber der Fruchtsaft von Odwalla ist nicht pasteurisiert. Die Firma findet, dass die Pasteurisierung den Geschmack des Saftes verändert. Das Motto der Firma lautet, wenn es nicht frisch gepresst ist, dann ist es kein Odwalla. Neun Tage nach dem Auftreten der Bakterien bitten die Gesundheitsbehörden die Firma Odwalla darum, freiwillig den Saft aus den Geschäften zu räumen. Odwalla kommt der Bitte nach, obwohl es noch keinen endgültigen Beweis dafür gibt, dass der Saft die Ursache des Ausbruchs ist. Wir haben unseren Apfelsaft sofort aus den Geschäften geräumt, als wir erfuhren, dass die Gesundheit der Verbraucher gefährdet ist. Unser Interesse gilt in erster Linie dem Wohlergehen unserer Kunden. Die Vermutung, dass der Apfelsaft die Krankheit verursacht hat, hilft der Familie Gimmistet aus Colorado nicht. Der Zustand ihrer 16 Monate alten Tochter verschlechtert sich zunehmend. Anna leidet, wie einige der anderen Opfer, an dem hämolytischen Uremie-Syndrom. Es ist eine Komplikation der E. coli-Infektion, bei der Gifte ausgeschüttet werden, die zu Nierenversagen führen. Anna stirbt knapp zwei Wochen, nachdem sie den Apfelsaft getrunken hat. Die Nachricht über Anna Gimmistets Tod versetzt die Beverleys in Angst. Allein, dass ein 16 Monate altes Kind gestorben ist, hat mich sehr mitgenommen. Und ehrlich gesagt, dachte ich, das war's. Er wird auch sterben. Michael Beverley ist zwar an einen Dialyseapparat angeschlossen, um sein Blut von Giften zu reinigen, doch die E. coli-Infektion wird damit nicht bekämpft. Sie kann nur behandelt, aber nicht geheilt werden. Eine entsprechende Infektion wird nicht unbedingt mit Antibiotika behandelt, weil bei Antibiotika-Behandlung möglicherweise sogar mit einer Erhöhung der Komplikationen zu rechnen ist. In schwerwiegenden Fällen werden diese Patienten dialysiert. Das heißt, sie bekommen eine Nierenbehandlung, Nierenwäsche. Obwohl alle infizierten Personen Apfelsaft von Odwolla getrunken haben, ist noch nicht bewiesen, dass der Saft die Krankheit tatsächlich verursacht hat. Tausende Saftflaschen von Odwolla werden auf E. coli O-157-Bakterien untersucht. Am 4. November 1996 entdeckt man die Bakterien in einer Flasche. Um herauszufinden, ob es die gleiche Art E. coli-Bakterien ist, die Anna Gimmistet getötet hat und mit der auch Michael Beverley und andere Kinder infiziert sind, wird ein DNA-Test durchgeführt. Das DNA-Profil auf der linken Seite stammt von den E. coli-Bakterien, mit denen Michael Beverley infiziert ist. Rechts ist das DNA-Profil der E. coli-Art, die in der Saftflasche von Odwolla gefunden wurde. Die Profile sind identisch. Das ist der wissenschaftliche Beweis dafür, dass der Apfelsaft die Krankheit verursacht hat. Bei ungefähr 40.000 Flaschen eine ungeöffnete Flasche des Odwolla-Saftes zu finden, in der die gleiche genetische E. coli-Art ist, an der die Kinder erkrankt sind, das war so wie eine Nadel in mehreren Heuhofen zu suchen. Die Flaschen waren ja über die meisten westlichen Staaten der USA verteilt. Laut Etikett wurde die Flasche am 7. Oktober 1996 abgefüllt, also drei Wochen vor dem Ausbruch. Die Firma Odwolla benennt den Obstgarten, aus dem die Äpfel stammen, die zur Saftherstellung benutzt werden. Dr. Sarah Cody vom kalifornischen Gesundheitsministerium inspiziert den Obstgarten. Als wir durch den Obstgarten gingen, sahen wir am Rand des Gartens Fußspuren von Rehen im Sand. Nicht weit von diesen Spuren entfernt liegt Rehkot, der E. coli O157-Bakterien enthalten könnte. Äpfel, die auf den Boden gefallen sind, könnten mit dem Rehkot in Berührung gekommen sein, bevor sie aufgesammelt und zur Saftherstellung in die Fabrik geschickt wurden. Dr. Cody sammelt ein paar Proben und schickt sie zur Untersuchung ins Labor. Das Labor rief an und sagte mir, Sie werden es nicht glauben. In dem Rehkot aus dem Obstgarten sind E. coli O157-H7-Bakterien. Ich war in diesem Moment wirklich erleichtert. Doch ein DNA-Test der E. coli Bakterien in dem Rehkot ergibt, dass es nicht die Bakterienart ist, mit der die 13 Kinder infiziert sind. Es ist möglich, dass eins oder mehrere Rehe eine oder mehrere Bakterienarten verbreitet haben. Vielleicht haben wir die falsche Probe genommen oder die Probe von einem falschen Reh oder wir waren im falschen Obstgarten. Es ist gegen die Vorschriften des Saftherstellers, vom Baum gefallene Äpfel zu verwenden. Odwalla hatte zwar eine schriftliche Bestätigung ihrer Lieferanten, dass sie keine Äpfel vom Boden aufsammeln. Doch das nachzuprüfen war für uns praktisch unmöglich, zumal die Arbeiter pro Container bezahlt wurden. E. coli Bakterien können durch Pasteurisierung abgetötet werden. Wenn ein Saft aber nicht pasteurisiert ist, kann er E. coli Bakterien enthalten und wird als ein potenziell tödliches Produkt in Lebensmittelgeschäften angeboten. Die Ermittler finden heraus, dass Odwalla vor ein paar Jahren mit Listeria monocytogenes in seiner Saftfabrik einen anderen gefährlichen Krankheitserreger entdeckt hat. Damals wurde die Analyse der Säfte auf diesen Krankheitserreger ausgeweitet. Auch die US-Armee überlegte 1996, ihre Soldaten mit Odwalla-Fruchtsaft zu versorgen. Aber nach einer Überprüfung der Saftfabrik stellten Lebensmittelfachleute des Militärs fest, dass die hygienischen Voraussetzungen dort keine adäquate Qualität für das Militär garantieren. Die Fachleute des Militärs stufen die Bakterienanzahl im Fruchtsaft als zu hoch ein. Eine Kopie des Militärberichtes gelangt in die Hände des Anwalts William Mahler, der die Opfer des E. coli-Ausbruchs vertritt. Odwalla hat versucht, dem Militär seinen Fruchtsaft zu verkaufen. Nein, natürlich nicht als bakteriologische Waffe, aber in dem fertigen Produkt waren Millionen von Bakterien. Bei jeder anderen verantwortungsbewussten Firma wären es deutlich weniger gewesen. Die Staatsanwaltschaft bringt die Firma Odwalla wegen krimineller Handlungen vor Gericht. Odwalla wird angeklagt, verdorbene Lebensmittelprodukte in den zwischenstaatlichen Handel zu bringen. Wenn wir eine Firma aufspüren, die wissentlich verseuchte Lebensmittel in den Handel bringt, werden wir sie strafrechtlich verfolgen und die Verantwortlichen ins Gefängnis bringen. Damit es ihnen eine Lehre ist und damit die Menschen, die in diesem Land Lebensmittel herstellen, das entsprechend ernst nehmen. Im Juli 1998 bekennt sich die Firma Odwalla schuldig und wird zu einer Geldstrafe von 1,5 Millionen Dollar verurteilt. Die höchste Geldstrafe, die je in einem Fall von Lebensmittelvergiftung auferlegt wurde. Odwalla-Produkte werden heute pasteurisiert und haben ein Warnetikett. Für die 16 Monate alte Anna Gimmistet kommt das zu spät. Die Familien der Opfer verklagen Odwalla. Außergerichtlich treffen sie mit der Firma eine Vereinbarung, die nicht veröffentlicht wird. Michael Beverley geht es zurzeit gut. Doch aufgrund der E. coli-Infektion besteht für ihn und die anderen Kinder weiterhin das Risiko, gesundheitliche Probleme zu bekommen. Bei Kindern kann es zu bleibenden Nierenschäden führen, die eine lebenslange Dialysepflicht nach sich ziehen. Das ist sicher mit die gravierendste Komplikation, neben tödlichen Verlaufsformen, die in seltenen Fällen auch gerade auch bei Kindern zu beklagen sind. Eine Frau mittleren Alters bricht plötzlich zusammen und stirbt. Doch die Mediziner können die Todesursache nicht feststellen. Erst Monate später liefert eine weitere gerichtsmedizinische Untersuchung Beweise, dass die Frau ermordet wurde. Dana Point, Kalifornien. Rund 100 Kilometer südlich von Los Angeles. Ein Paradies für Menschen, die ein ruhiges Leben am Meer suchen. Es ist das Jahr 1988. Auch Janet und Richard Overton leben mit ihrem 17-jährigen Sohn Eric hier. Der 60 Jahre alte Richard ist ein erfolgreicher Berater im Computerbereich und unterrichtet nebenbei als Dozent. Die 46-jährige Janet ist Mitglied des örtlichen Schulrates. Sie war eine so nette Person. Sie lächelte immer und sagte nie etwas Negatives. Die Overtons wohnen in einer ruhigen Sackgasse. Ihre 19-jährige Ehe scheint ein Musterbeispiel dafür zu sein, dass sich Gegensätze anziehen. Während Janet offen auf Menschen zugeht, ist Richard eher ein verschlossener Typ. Er war immer Einzelgänger. Meines Wissens hat er die High School in nur drei Jahren absolviert und war Herausgeber einer der Universitätszeitungen. Wie gesagt, er war ein sehr gebildeter Mann. Janet engagiert sich sehr im Schulrat. Sie nimmt ihre Arbeit dort sehr ernst und ist zeitweise sogar dessen Vorsitzende. Doch an erster Stelle steht für sie ihr Sohn. Sie hatte viel Freude an ihm. Und ich weiß, es war eines ihrer Ziele, ihm bei seinem High School Abschluss das Diplom auf der Bühne persönlich zu überreichen. Am 24. Januar beladen Janet und ihr Sohn Eric den Wagen. Sie wollen den Tag mit Freunden auf einem Boot verbringen. Doch kurz bevor sie mit dem Packen fertig sind, bricht Janet zusammen. Eric alarmiert seinen Vater, der sofort einen Notarztwagen ruft. Beim Eintreffen der Sanitäter ist Janet bewusstlos. Als sie das Krankenhaus erreichen, ist sie tot. Die Autopsie liefert keine Hinweise auf die Todesursache. Sie fanden nichts, was sie als Todesursache hätten deuten können. Gar nichts. Doch Janets medizinische Unterlagen beinhalten Überraschendes. Aus dem Vorjahr sind insgesamt 60 Arzt- und Krankenhausbesucher aufgelistet. Die Verstorbene wurde im Jahr zuvor erstaunlich häufig untersucht. Ihr ging es sehr schlecht. Und deshalb hatte sie eine Reihe von Spezialkliniken aufgesucht. Gefunden wurde allerdings nichts. Sie hatte Schmerzen an verschiedenen Körperteilen. Und dann begann sich ihre Haut an mehreren Stellen zu entzünden. Janets Beschwerden reichen von Übelkeit über Hautreizungen bis zu Schmerzzuständen am ganzen Körper. Sie konnte nur noch sehr langsam gehen. Mit einem Stock als Hilfe und sah wirklich elend aus. Janets Tod ist ebenso rätselhaft wie all die vorhergehenden gesundheitlichen Probleme. Ihr Todesfall im Alter von 46 Jahren wird offiziell unter laufende Ermittlungen geführt. Das heißt mit anderen Worten, die Todesursache ist unbekannt. Sechs Monate passiert nichts. Dann bekommt die Polizei einen Anruf von Dorothy Boyer, die früher mit Richard Overton verheiratet war. Dorothy hat von Janets Tod gehört und berichtet Interessantes aus Richards Vergangenheit. Sie behauptet, sich von ihm getrennt zu haben, da Richard ein Bigamist sei. Er habe damals neben ihrer Ehe noch eine weitere Frau mit Kindern gehabt. Er unterhielt zwei Haushalte und hinterging dabei zwei Frauen. Er hatte sein Leben lang Beziehungsprobleme. Das fing mit seiner ersten Ehe an und setzte sich bei seiner bigamistischen Ehe mit Carolyn Hutchinson und seiner dritten Frau Janet fort. Nach der Scheidung wird Dorothy neben dem Sorgerecht für ihre Kinder auch das gemeinsame Haus zugesprochen. Richard ist darüber sehr erbost. Wenig später leidet Dorothy ganz plötzlich unter Hautreizungen, Übelkeit und Schmerzen. Die gleichen Symptome wie bei Janet Overton. Einen Tag nach der Scheidung besucht Richard Dorothy, um Regelungen bezüglich der Kinder zu besprechen. Kurz nachdem er gegangen ist, bemerkt Dorothy einen ungewöhnlichen Geruch. Es ist die Milch. Beunruhigt bringt sie die Flüssigkeit für eine Untersuchung ins Polizeilabor. Die Wissenschaftler finden große Mengen Selen. In dieser Dosis giftig. Dorothy beschuldigt Richard, das Selen bei seinem Besuch in die Milch gemischt zu haben. Als man ihn verhört, gesteht er. Dorothy verzichtet jedoch darauf, gerichtlich gegen ihren Ex-Mann vorzugehen. Er musste gestehen, ja, ich habe es getan. Man schickte ihn in eine Therapie zur Aggressionsbewältigung. Danach unternahm er einen zweiten Anschlag auf Dorothy, den er jedoch bestritt. Daraufhin stellte sie ihm ein Ultimatum. Wenn du mit mir oder irgendjemand in meiner Familie noch einmal so etwas versuchst, lasse ich dich in Handschälen abführen. Von da an ließ er sie in Ruhe. Als Lieutenant Carney diese Geschichte hört, will er Janet Overtons Leiche für eine erneute Autopsie exhumieren lassen. Doch es gibt ein Problem. Ihr Körper wurde eingeäschert. Und so bleibt dem Toxikologen Paul Cedric nur, Janets Blut- und Gewebeproben von der ersten Autopsie noch einmal zu untersuchen. Als er diese Proben auf Selen testet, ist das Ergebnis negativ. Ein Rückschlag. Doch dann enthüllen weitere Ermittlungen ein Geheimnis. Janet hatte ein langjähriges Verhältnis mit Bill Dawson, einem Kollegen aus dem Schulrat. Ihm gehört auch das Boot, mit dem sie an ihrem Todestag in See stechen wollte. Mr. Dawson war sehr offen und ehrlich. Er wusste, dass diese Enthüllung seiner Karriere schaden könnte. Dawson gibt zu Protokoll, dass er mit Janets Tod nichts zu tun hat. In Janets Haus entdeckt die Polizei 133 Computerdisketten und Dutzende von Tagebüchern. Alle sind von Richard Overton geschrieben, einige davon auf Russisch und Spanisch. Wenn man die Inhalte der Tagebücher und Disketten liest, erscheint die Beziehung zwischen Richard und Janet Overton in einem anderen Licht. Bei meinen Befragungen hieß es, es wäre eine liebevolle, gefestigte Beziehung gewesen. Aber das passt überhaupt nicht zu dem, was Richard in seinen Tagebüchern schrieb. Besonders interessant ist, was Lieutenant Carney in den Tagebüchern nicht findet. Ich schlug die Tagebuchseite vom 24. Januar auf, dem Tag, an dem Janet gestorben ist. Er hatte diesen Teil der Seite aus dem Tagebuch herausgeschnitten. Auch viele der Disketten enthalten Dokumente, aus denen Teile herausgelöscht worden sind. Sie werden zur Analyse an eine Firma geschickt, die sich auf Spurensicherung bei Computern spezialisiert hat. Wenn man am Computer Teile eines Dokumentes oder ganze Dateien entfernt, sind sie nicht sofort gelöscht. Der Platz wird zunächst auf der Festplatte als Speicher freigegeben. Solange dieser Speicherplatz nicht belegt wird, ist das Gelöschte noch vorhanden und kann von Computerspezialisten aufgespürt und zugänglich gemacht werden. Eine gelöschte Datei ist nicht verschwunden. Eine gelöschte Datei verliert nur in der Directory den Indikator, dass man auf diese Datei zugreifen kann. Dementsprechend kann man mit der entsprechenden Software, und die haben wir, die Möglichkeit eröffnen, auf diese Dateien wieder zuzugreifen. Die noch vorhandenen Informationen auf Richards Festplatte lassen erkennen, dass er von Janets Affäre mit Bill Dawson wusste und dass er wütend darüber war. Seine Aufzeichnungen enthüllen das ganze Ausmaß einer tiefgestörten Beziehung. Etwa eine Woche vor ihrem Tod schrieb er, die Hassliebe zwischen mir und Janet ist in blanken Hass umgeschlagen. Ich werde mich bald darum kümmern. Einige Textstellen in den handgeschriebenen Tagebüchern sind mit Tippex geweist worden. Carney vermutet, dass der verdeckte Text wichtige Hinweise liefern kann und schickt die Tagebücher zur Analyse ins kriminaltechnische Labor. Der Dokumentenexperte brachte uns das Tagebuch und wollte wissen, ob wir irgendeine Lichtquelle hätten, mit der man die Informationen unter der Korrekturflüssigkeit lesbar machen könnte. Black benutzt einen Laser, dessen Einsatz 1988 noch neu und unerprobt war. Das Verfahren war einfach. Wir strahlten mit dem Laser die Rückseite des Papiers an, um die Schrift unter der Korrekturflüssigkeit zum Leuchten zu bringen. Die Methode funktioniert. Einige der versteckten Eintragungen bestätigen, wie schwer die Ehe der Overtons mit Problemen belastet war. Er hatte ihre Streitigkeiten dokumentiert und was sie zu ihm über ihre nicht funktionierende Beziehung gesagt hatte. Die Ehe der Overtons brach im Laufe der Zeit immer mehr auseinander. Und irgendwann wurde es dann so schlimm, dass Richard und Janet überhaupt keinen Kontakt mehr hatten. Sie schliefen in getrennten Schlafzimmern und aßen auch getrennt. Janet wollte sofort nach Erics Highschool Abschluss ausziehen. Das vertraute sie einigen ihrer Freunde an. Und Richard wusste das. Die Tagebücher waren wichtig, weil sie ein Motiv erkennen ließen. Wir sahen, was sich zwischen Janet und Richard von Tag zu Tag abspielte. Alles wurde in diesen Tagebüchern aufgeführt. Und wenn ich sage alles, meine ich auch alles. Nur eines verraten die Tagebücher nicht. Hat Richard irgendetwas mit Janets Tod zu tun? Und wenn ja, was? Gerichtsmediziner haben nach Janet Overtons mysteriösem Tod ihre Gewebeproben auf eine Überdosis Selene untersucht. Das Ergebnis ist negativ, trotz eines naheliegenden Verdachts. Ehemann Richard Overton hatte nämlich Jahre zuvor gestanden, seiner damaligen Frau Dorothy Selene in ein Getränk gemischt zu haben, da er sich über die Umstände ihrer Scheidung geärgert habe. Dorothy hat damals auf weitere Untersuchungen verzichtet. Doch das Geständnis veranlasst die Ermittler, Janets Gewebeproben ein weiteres Mal untersuchen zu lassen. Und tatsächlich kommt dem Toxikologen ein merkwürdiger Geruch nach bitteren Mandeln entgegen. Innerhalb von Sekunden stieg mir der Geruch von Cyanid in die Nase. Ich war etwa 60 bis 90 Zentimeter entfernt und es gab keinen Zweifel, das war Cyanid und zwar in großen Mengen. Cyanid, auch als Cyan-Kali bekannt, ist hochgiftig. Es am Geruch erkennen zu können, ist eine besondere Fähigkeit, die nichts mit dem Fachwissen des Experten zu tun hat. Die aus dem Cyan-Kali freigesetzte Blausäure können nur wenige Personen riechen. Ich gehe von etwa 20 Prozent der hiesigen Bevölkerung aus. Manche meinen 50 Prozent, es ist jedenfalls nur ein Teil der Bevölkerung, die es riechen kann, ist offensichtlich genetisch bedingt. Geruch allein reicht als Beweis aber nicht aus. Wenn ich dann im Verdacht, dass Blausäure in der Probe enthalten ist, habe, dann nimmt man beispielsweise einen Teststreifen und kann dort an der Blaufärbung bekommen, einen zweiten Hinweis, dass eine Cyanidvergiftung oder eine Cyanid in der Probe vorhanden ist. Und um zu wissen, ob eine Vergiftung vorliegt, muss man ein quantitatives Verfahren durchführen, das wird dann am Blut und am Gehirn durchgeführt. Das Ergebnis ist positiv. Und da das Cyanid aus Janets Magen stammt, kann sie es nur kurz vor ihrem Tod zu sich genommen haben. Doch die Toxikologen stoßen auf mehr. Auch in Janets Hirngewebe sind Spuren von Cyanid. Ein Hinweis darauf, dass sie das Gift schon früher mehrfach geschluckt haben muss. Und Spuren von Cyanid werden auch in einigen der pflanzlichen Medikamente gefunden, die Janet eingenommen hat. Setschwick muss nun herausfinden, ob das Cyanid von den Medikamenten stammen könnte und testet deren einzelne Substanzen. Ich habe sie zermahlen und ich habe frische Unzermahlene genommen. Ich habe sie in ein Röhrchen gesteckt, leicht gesäuert und dadurch den Mageninhalt simuliert. Ich habe versucht, sie in der Säure zu zerstampfen und sie auf jede erdenkliche Art zu mischen, um zu sehen, ob irgendeine Spur von Cyanid vorhanden wäre oder aus dieser Zusammensetzung entstehen könnte. Und dann habe ich daran gerochen und die Proben auf ihre chemischen Bestandteile untersucht, aber ich fand in keiner der Zutaten Cyanid. Cyanid kann sich auch von selbst in den von Toten entnommenen Blutproben bilden. In nach dem Tod entnommenen Blutproben können messbare Mengen von Cyanid entstehen, aber nur in außerordentlich geringen Mengen. Also muss nun geklärt werden, ob das Cyanid durch Lagerung entstanden sein kann. Scotland Yard wird um Hilfe gebeten. Ich rief Scotland Yard an, weil sie dort mit mehr Giftfällen zu tun haben, als wir hier in den Staaten. Ich rief also dort an und fragte nach einem Experten, der sich mit Cyanid auskennt und sich darauf spezialisiert hat. Daraufhin wurde ich an Brian Ballantyne verwiesen, einen der führenden Cyanid-Experten weltweit. Sieben Monate nach Janets Tod wurden in ihrer Blutprobe zwei Mikrogramm Cyanid pro 100 Milliliter Blut festgestellt. Dieser Wert deckt sich mit den Mengen, die in anderen Fällen von Cyanid-Vergiftung festgestellt wurden. Dr. Ballantyne untersucht die Lagerbedingungen des Labors, in dem Janets Gewebeproben aufbewahrt wurden. Rechnerisch bestimmt er die Geschwindigkeit, mit der sich das Cyanid dort abbaut und verflüchtigt. Nach Abschluss seiner Tests steht fest, dass die noch vorhandene Cyanid-Menge nicht natürlichen Ursprungs sein kann. Es handelt sich hier um den Tod durch akute Cyanid-Vergiftung. Da Cyanid schnell wirkt, muss es Janet kurz vor ihrem Tod verabreicht worden sein. Ihr Liebhaber Bill Dawson kann nicht der Mörder sein, da er für den Zeitpunkt des Todes ein Alibi hat. Er war auf seinem Boot. Einziger Verdächtiger bleibt Richard Overton. Doch woher hatte er das Cyanid? Die Ermittler können diese Frage schnell klären. Ein Freund von Richard besitzt eine Gold- und Silbermine. In dessen Haus ist ein Labor, in dem sich Cyanid befindet. Beim Bergbau wird Cyanid benutzt, um wertvolles Metall aus dem Rohgestein zu lösen. Während dieser Mann in seiner Mine war, kümmerte sich Richard regelmäßig um das Haus. Schaute nach der Post, fütterte die Tiere und ähnliches. Die Staatsanwaltschaft kann nun beweisen, dass Richard nicht nur Zugang zur Mordwaffe hatte, sondern auch die Gelegenheit und ein Motiv. Drei Jahre nach Janets Tod wird Richard Overton verhaftet und des Mordes an seiner Frau angeklagt. Er beteuert seine Unschuld. Es gibt einen berühmten und weisen Spruch, der besagt, du wirst die Wahrheit erfahren und die Wahrheit macht dich frei. Die Wahrheit ist, ich bin unschuldig. Es ist eine Sache zu sagen, wir haben die Todesursache und die heißt Cyanid. Aber es ist etwas völlig anderes, das den Geschworenen zu beweisen. Und das war unsere Aufgabe, die zwölf Geschworenen vor Gericht zu überzeugen. Richard Overton war nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft eifersüchtig auf seine Frau, die durch ihre Arbeit im Schulrat bekannt und beliebt war. Als Richard dann erfährt, dass Janet eine Affäre hat, ist er schwer getroffen. Nach einem Arbeitstag sollte es in einer Ehe, egal ob sie nun lang oder kurz ist, etwas geben, worauf man sich zu Hause freut. In Jannets Fall gab es nichts, worauf sie sich zu Hause freuen konnte. Als Richard herausfindet, dass Janet sich scheiden lassen will, wird er wütend und sinnt nach Rache. Es tritt die gleiche Situation ein, wie mit seiner früheren Frau Dorothy. Die macht vor Gericht als Zeugin der Anklage eine Aussage zu dem früheren Giftanschlag. Richard Overton sagt zu seiner eigenen Verteidigung aus. Er konnte diesen Giftanschlag auf Dorothy Boyer nicht logisch erklären und sagte, er hätte einen dummen Scherz machen wollen. Ich glaube, das war wirklich übel, so etwas zu sagen. Und natürlich hatten die Geschworenen dafür kein Verständnis. Die gerichtsmedizinischen Beweise gegen Overton sind erdrückend. Zum einen gibt es die toxikologischen Untersuchungen, die eine Zyanidvergiftung beweisen. Zum anderen gibt es die Indizien in Overtons Tagebüchern. Sie machen deutlich, in welchem Gemütszustand er sich zum Zeitpunkt von Jannets Tod befand. Vermutlich hat Richard ihr morgens einen richtigen Giftcocktail in den Orangensaft gemischt. Als sie den getrunken hatte, wollte sie mit ihrem Sohn Eric Wale beobachten gehen. Sie kam nur bis zur Einfahrt. Er war sehr clever und wäre fast damit durchgekommen. Sieben Jahre nach Jannets Tod wird Richard Overton des Mordes für schuldig befunden und zu einer lebenslangen Haft ohne Bewährung verurteilt. Richard Overton ließ dann seine Maske fallen. Er hielt sich für so intelligent, für so überlegen, dass er den Ermittlern nichts zutraute. Er bemerkte seinen Irrtum erst, als es schon zu spät war. Ich war sehr erleichtert, dass die Gerechtigkeit am Ende gesiegt hat. Das klar wurde, dass er es getan hat und dafür büßen musste. Und ich war immer noch traurig, dass sie nicht mehr da ist und unter diesen Umständen sterben musste. Overtons Ex-Frau Dorothy Boyer stirbt 1999 an Lymphdrüsenkrebs. Vielleicht hatte dies mit der über Jahre andauernden Vergiftung durch Selen zu tun. Das kann die Wissenschaft oder der derzeitige Stand der Technik jedoch nicht zweifelsfrei beweisen. Durch unseren Job werden Verdächtige entlastet oder belastet. Beides ist okay. Aber zugegeben, einen Mörder zu finden, zu überführen und aus dem Verkehr zu ziehen, das ist schon eine besondere Genugtuung. Ein Entführer erlaubt seinem Opfer, in einem Brief an die Familie sein Testament aufzusetzen und quält dann die Eltern mit Anrufen. Haben Sie den Brief heute bekommen? Ja. Gut, dann wissen Sie ja, dass dieser Anruf kein Scherz ist. Eine Fangschaltung hilft nicht weiter. Doch der letzte Wille des Opfers liefert den Wissenschaftlern den entscheidenden Hinweis. Die 17-jährige Sherry Smith hat gerade die Schule abgeschlossen. In zwei Tagen soll sie bei ihrer Abschlussfeier an der Lexington High School die Nationalhymne singen. Danach will sie mit ihren Klassenkameraden auf eine Segeltour gehen. Sie war der Mittelpunkt unserer Familie und immer gut gelaunt. Am 31. Mai 1985 kommt Sherry nachmittags von Freunden zurück. Sie hält am Briefkasten, der etwa 250 Meter vom Haus entfernt ist. Ihr Vater, der zu Hause in seinem Büro arbeitet, sieht sie dort ankommen. Nach fünf oder zehn Minuten wurde mir plötzlich bewusst, dass Sherry noch nicht ins Haus gekommen war. Ich hatte das Gefühl, dass da etwas nicht stimmt. Ich lief durchs Haus, ging in die Garage und fuhr mit dem Auto zum Briefkasten. Bob Smith findet den Wagen seiner Tochter mit offener Tür, der Motor läuft und auf dem Sitz liegt Sherrys Handtasche. Ich sah Fußabdrücke zum Briefkasten hin, aber keine, die zurückführten. Er sagte, Liebling, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber Sherrys Auto steht am Ende der Einfahrt mit laufendem Motor und sie ist nicht da. Ich weiß noch, wie ich sagte, oh mein Gott, nicht meine Sherry. Voller Panik ruft das Ehepaar beim Sheriff von Lexington County an. In der Nähe des Briefkastens lag Post auf dem Boden. Vermutlich war sie aus dem Auto gestiegen, um die Post zu holen und wurde genau in diesem Moment entführt. Der Sheriff von Lexington County, Jim Metz, organisiert sofort die größte Suchaktion in der Geschichte South Carolinas. Wir wussten nicht, ob Sherry ihren Entführer kannte oder nicht. Wir hatten jedenfalls keinen Grund anzunehmen, dass sie weggelaufen oder einfach alleine weggegangen war. Wer auch immer unsere Tochter Sherry gefangen hält, wir wollen sie zurückhaben. Wir vermissen sie, wir lieben sie und bitte schicken sie sie nach Hause zurück, wo sie hingehört. Den Eltern bleibt nichts als zu warten. Die Familie Smith war in unserer Gemeinde sehr beliebt und es gab keinen Grund für die Entführung, außer vielleicht Erpressung von Lösegeld. Wir erwarteten also, dass der oder die Täter mit der Familie Kontakt aufnehmen würden. Die Vermutung des Sheriffs bestätigt sich. Zwei Tage nach Sherrys Entführung erhalten die Smiths einen Anruf.